Es geht einfach schlicht und einfach darum, dass sich eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer gegen eine überwältigende Gegenpropaganda gesagt hat, wir wollen selber über unsere Zuwanderung bestimmen. Wir wollen nicht sagen, Brüssel bestimmt über die Schweiz, oder jeder Zuwanderer kann selber bestimmen. Wir bestimmen selber Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und wenn ich dann höre, dass Politiker aus Deutschland, wie Herr Stegner, sagen, das sei eine Spinnerei, eine Verblödung, dann muss ich Ihnen einfach sagen, dann stelle ich einfach fest, eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber diesem demokratischen Volksentscheid. Und ich stelle auch fest, dass ich Herrn Stegner einmal in die Schweiz einladen muss, damit ich ihm einmal erkläre, was eine Demokratie ist. Eine Demokratie ist Stegner, das Volk ist der Chef und nicht der bezahlte Politiker wie Sie.